Hallo, mein Name ist Markus Schenk, ich bin Filierleiter hier. Ja, ich bin schon wieder im Faden verloren. Markus Schenk wird Ihnen heute die wichtigsten Fragen zum Küchenkauf bei Asmo Küchen beantworten. Bei rund 40 Ausstellungsküchen braucht man nicht ins Blaue hineinkrübeln. Bewegen Sie sich in Traumküchen jeder Couleur, erleben Sie Farbkombinationen und Möglichkeiten live. Der Vorteil ist natürlich, dass wir jede Küche sehr individuell planen. Der Kunde, der sich nicht gerade beim ersten Mal zurechtfindet, den zeigen wir auch Beispielküchen, von Küchen, die bereits bei Kunden schon verbaut sind. Kunden planen in der Regel zwei Küchen in ihrem ganzen Leben. Da fehlt natürlich die Erfahrung und da sind wir als Küchenplaner auch gefragt, auf diese Fehler dann auch hinzuweisen. Sprich, die perfekte Arbeitshöhe für den Kunden auch zu planen. Die perfekten Arbeitswege auch in der Küche generieren können. Und so, dass wir halt eben diese Fehler dann auch vermeiden. Sie entscheiden und die Profis denken den entscheidenden Schritt weiter. Das ist unsere Aufgabe natürlich, dass wir den Kunden sagen, vom Stil her, was aus unserer Sicht am besten passen würde. Anhand von den Plänen, die auch die Kunden uns mitbringen, also gerade bei den Neubauten, sehen wir auch den Stil vom Haus. Und so können wir auch einem Kunden bei uns in der Ausstellung einmal zeigen, was zu seinem Haus gut passen würde. Richtig Aufwind hat dieser mehrfach ausgezeichnete Service in der Corona-Krise bekommen. Da haben es sich die Asmo-Experten nicht nehmen lassen, unter vollen Schutzmaßnahmen Küchenkäufer direkt zu Hause zu besuchen. Und vor Ort die perfekte Küche zu planen. Der Homeservice kam so gut an, dass er nicht nur bleibt, sondern noch weiter ausgebaut wird. Auf die Details kommt es an. Das gilt für die Klassiker, wie aber auch für die neuesten Trends. Ganz spannend ist natürlich, dass sehr, sehr viele dunkle Küchen gekommen sind. Hätte sich vorher nie jemand gedacht. Auch Sparfüchse kommen bei Asmo auf ihre Kosten. Der heißeste Tipp ist natürlich dadurch, dass wir immer im Wechsel sind in der Ausstellung, immer die Neuheiten präsentieren, dass es auch die Möglichkeit gibt natürlich für den Kunden, wenn passend, eine Ausstellungsküche zu finden. Da spart sich der Kunde am meisten. Besuchen Sie Asmo Küchen und lassen Sie sich inspirieren. Ausstellungsküche Asmo est leve die Küche Asmo est leve die Küche Untertitelung des ZDF, 2020